beim leute im schmack auf diese verarbeitet ja also das freck Prozent ja genau der Prozent das gleich Prozent das Leck Problem hat sich ihr scheint endgültig verabschiedet offenbar zumindest also ich habe noch weitere Programme beendet und ich hoffe mal dass es nicht ja so brutal um es was so zu sagen Ruf er schützt ich weiß nicht mehr was sie als okay Nachricht ist ja klar Ziele anziehen hier Hälfte mal ein Holzbein markiert ein Gebiet und heiß kommt Spielautomat ja das mache ich doch jetzt das macht das kommt Spielautomat wie wieso steht hier eins doch nein egal 15.000 ja dann machen wir das mal so und hopp schon haben wir die 39.000 erreicht geil wow �로h alle 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 Ja, so langsam werde ich immer besser. Aber nur so langsam. Mal sehen, ob ich... Ah, scheiße. Muss doch Rollerfahren jetzt kommen. Ja, auf jeden Fall habe ich schon mal viel erreicht. Ja, na klar. Überspeichern, ja. Es lag nicht mehr. Das ist das Beste. Das Spielschaften auch ohne Cheats. Let's do this, man! Kombo in den Sandsbänken. 720 Grab in der Luft. Markira eine... Die große Rücken. Fokus-Kombos. Rail-Challenge. Ja. Ja. Äh. Okay. Wechseln. Hilft dir mal ein Holzbein. Ja, machen wir doch glatt. Du tropf. Hopp. Schauen wir mal. Holzbein, wo bist du? Da. Wunderbar. Wunderbar. Ole! Du gehst unter. Oh, noob! So. Au! Nein! Nein, ich will doch keinen neuen Hunderdom machen. Oder vielleicht auch. Ich weiß noch nicht. Kühlpark. Machen mal. Ach, da bin ich. Ja, genau. Ja, genau. Ich darf ja den Boden nicht berühren. Dafür muss ich auch machen. Schauen wir mal. Hopp. Nein. Hopp. 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 Berührer nicht den Boden. Schauen wir mal. Gelange von einem Ende der Brücke zur anderen unter dem Boden. Die Gondeln sind für dieses Ziel. Probier's mit Grines. Ja. Toll. Dann versuche ich es mal so. Bisschen Tempo. Hopp. Hoi. Ole. Ja. Wunderbar. Wunderbar. So muss das sein. So, Vollgas, Vollgas. Komm, komm, komm. Mehr Tempo, mehr Tempo. Ui, ui, ui. Hopp. Toll. Benny Hanna. Wunderbar. Au. Au. Soll ich mal ausholen. Und. Jesus Christus. Äh, Jesus Christ. Grab. Hä? Muss ich einfach nur ein ganz... Weheben. Das darf doch echt nicht wahr sein. So. Nein. Oh. Da. Hopp. Das darf doch nicht wahr sein. Ziele anziehen. Profi. Das gibt's doch nicht. Naja. Äh. Da, nein. Runter. 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 Scheine mal an. Wo ist der Etage? Jetzt muss ich mal hier. Ähm. Hier raus. Ähm. Ja. Fanboost. holen. Was zum... Aha. Geil. Wuhu. Oh, nochmal. Komm. Uh. Fuck. Da war ich nur zur Reklametafel. Und die kann ich nur von hier irgendwie erreichen. Hopp. Hopp. Schauen wir mal. Reklametafel. Da. Hopp. Ah, ja, ja. Halt. Wunderbar. Wunderbar. Und es leckt nicht mehr. Es leckt gar nicht mehr. Das ist geil. Da brauche ich jetzt erstmal ein Stück Schokolade. Ja. Schokolade. Macht glücklich. Mh. Na, na, na. Mh. Wunderbar. Mh. Okay. Verlassen. Ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Wie viele Punkte ich jetzt machen soll. Einmal. Was ich erstens schade finde. Und zweitens. Äh, finde ich das irgendwie total, äh, und zweitens finde ich das total traurig bei all. Ich will es euch nur recht machen, Menschen. Ich will es euch nur recht machen. Soll ich 400 Punkte oder soll ich tausend Punkte um dieses Level zu beenden? Und ich kriege keine Antwort. Und ich kriege keine Antwort. Und ich habe nur eine Antwort besser bekommen, was ich total mager finde. Extrem mager. Also könnt ihr halt, jetzt will ich mal eure Meinung wissen, bitte hier etwas so ein schlechter Let's Player. Wenn ihr der Meinung seid, dass hier ein schlechter Let's Player ist, warum habt ihr mich dann erstens abonniert? Guckt ihr euch meine Videos an? Ich meine, wenn ihr besser sehen wollt, kein Problem. Ich gebe euch die ganzen Kanäle. Ich habe da echt damit kein Problem. Und, ähm, ja. Ihr nehmt mich dann schön brav aus eurem Abo raus. Weil, was ich überhaupt, das habe ich schon einmal in einem Video angekündigt, würde es aber gern noch einmal sagen. Was ich überhaupt nicht liken kann, sind diese Mitleids-Abos oder Fake-Abos. Ihr abonniert mich bitte nur, wenn euch meine Videos gefallen und meine Let's Plays zustimmen. Und, äh, jetzt wird es mal noch auf die Schnauze. Und außerdem bin ich nicht bei, äh, Let's Play-Forum, äh, Let's Player-Forum oder wie das heißt, angemeldet. Der Bord dazu gar nicht denken, dass ich der Let's Play-Szene angehöre. Ich bin vermutlich der erste Let's Player, der frei ist, um es mal so zu sagen. Der erste freie Let's Player. Mhm. Ja, klingt blöd, ist doch so. Ich mach mein eigenes Ding. Danke. Hm, Abo geschafft. Falls es jemanden interessiert, ja, meine Eier hallen allmählich. Und ja, eines davon hat immer noch den Abdruck eines Tennisballs. Danke. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich muss da hoch. Stopp. Ui, Baustelle Nein Auf jeden Fall, äh Ne, aber was ich sonst noch sagen will, ist Diejenigen, die mich wirklich Abonniert haben und die wirklich auch mein Let's Play gut finden, denen schon mal Ein herzliches Dankeschön und all die Anderen Fake-Abonnenten und so weiter Bitte, tut Mir und tut euch den Gefallen und Nehmt mich aus euren Abos, äh Und deabonniert Mich, weil ich kann es echt nicht gebrauchen Weil, ihr tut erstens Mir einen Gefallen und zweitens tut ihr euch einen Gefallen Also, ich wäre euch dankbar Wenn ihr diese Regeln mal Zukünftig Ähm Ja, beachten werdet